Wir haben keinen Brot. Was sollen wir tun? Töten die Kinder. Was? Nein, nein, ich meine, schickt sie in den Wald. Nein, nein, mein Kinder. Ja, 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 Mann, Mann, ja, ja. Ja! Es ist alles okay, Gretel. Ich nehme einige Kieselsteine. Nein, nein. Okay, okay, Hansel. Mach schnell, Kinder. Sammeln einige Holz. Ich mache Feuer. Schlaf hier, Kinder. Hier ist dein Brot. Und dein Brot. Und dein Brot. Lassen wir. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Mir ist kalb. Können wir zu Hause gehen? Warte, wenn der Mund aufgeht. Geht. Okay. Ich bin froh. Ich bin froh. Oh, gut, meine Kinder. Wir haben keine Brot. Dann nimmt die Kinder tiefer in den Wald. Oh, nein. Oh, nein. Ich bin froh. Hier. Schlaf hier. Ich bin froh. Sehr gut. Tschüss. Ich bin froh. 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 Englisch! Ja! Ja! Uhhhh! Süßt. 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 Wo seid ihr herausgekommen? Kommt heran! Ich habe Essen und Bettlein. Das ist es. Diese Lecker-Aus. In hier. Hilf mich! Hilf mich! Es ist Zeit. Ich möchte dein Bruder essen. Was? Gehen in offen. Ist es heiß genug? Ich weiß nicht. Wie? Ich kann es tun. Oh nein! Sie ist tot! Mein Bruder! Mein Bruder! Gretel! Du bist hier! Du hast mir gefunden! Fertig! Du bist hier! Schanker! Schanker! Du bist hier! Du bist hier! Ich gehe nicht! Du bist hier! Vielen Dank.